ich würde mal sagen wir kommen gar nicht bis zum daumen durch oder? doch da schon eine heftige story dahinter fühle ich eigentlich traurig komm ich hier? ja gott für eine trostlose gegend Todesfalle? ach was ein schwert war glaube ich keine gute idee rauszulaufen ich wusste doch dass diese komischen portale irgendwas bedeuten haben was passiert? was passiert? imagine a sword that can slay gods was passiert? was passiert? was passiert? was passiert? was passiert? Untertitelung des ZDF, 2020 Es wäre die Death of a man. Every time it was drawn. And it would be the Death of the King. Let me tell you about the Sword Tierving. I don't recognise this thing. Where are we? Where is she? Where are we now? Where are we now? It's so strange that we are at such a moment to bury Death. It's just so, it's some ordinary, inevitable. It's as if we are to hide Death. Because we have no answer for it. But when it comes, Wir gehen natürlich in ein dunkles, dunkles Kellergewölbe ohne Schwert. Ja, genau deswegen gibt man mich in dunkle Höhlen rein. Genau das ist der Grund. Vor allem nicht unbewaffnet. Das ist ein Messer. Ich bin hier. Ich bin hier für die Versuchungen. Wie, als wir zuerst haben, weißt du? Ich könnte hier die Fackel anzünden. Okay, jetzt müssen wir in die andere Richtung. Ich kann nicht mal rennen. Das wird eine lange Mission, ey. Mega dunkel sein. Ich hoffe, ihr erschreckt mich gleich zu Tode. So, er war ja rechts, ne? Theoretisch? Was ist das hier langgegen? Oh, was? Oh, was? Hörst du das? Nichts. Ich habe keine Höhle. Ich habe keine Höhle. Sie sind hier. Tonek. Sie muss weitergehen. Es ist nicht sicher hier. Sie muss weitergehen. Ich gehe nach unten. Ich gehe nach unten. Niemand kann dich sehen. Es ist zu schrecklich. Ich gehe wirklich in die falsche Richtung? Da war ich ja scheinbar schon. Da brennt ja eine Fackel, aber... Ja. Wahrscheinlich ist es so ein Looping-Labyrinth. Jedes Mal, wenn ich falsch laufe, kommt immer wieder die gleiche Szene. Okay. Kann man sich da briseln lassen? Ja. Ja. Ich gehe nach unten. Ich habe eine Geschichte, die die Norden, über eine junge Frau. Sie nennen die Herrkirchen. Sie ist Herrkirchen, die Frau von der Berserker, born nachdem er wurde verletzt. Sie ist eine wilde, willvolle Kind, die sich zu kämpfen, mit Weapons zu lernen. Sie hat sich zu kämpfen. Was? Eigentlich nach links. He's going to save you. Find voice. Find him. Wahrscheinlich bin ich nur aus Zufall richtig gelaufen und jetzt laufe ich gleich in meinen Tod. Why? Find another way. It's not working. You have to use your mind. Where can you go? You're failing. Find another way. Fokus. Ich geh einfach da lang, wo ich noch keine Fackel angezündet hab. Kann ich so richtig orten, ob es von links oder von rechts kommt? Ist das irgendwie von links? Ist... Is so richtig. Is so richtig. I guess needed to be. Das ist definitiv nicht Dillian. Ich hoffe, hier gibt es auch Monster, die mich töten wollen. Weil ich bin ja unbewaffnet. What the fuck ist das? Wenn ich jetzt da reinlaufe, das ist bestimmt, sieht aus wie der Ofen der Hölle. Ne, ist eine Tür. Eine Tür, der zur Hölle geht wahrscheinlich. Na super. Papa. Papa. I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through you. No, Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy? She feels so. No. He said he could help me. It's a trick. He said it could be normal. Normal? Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you. No. They will turn their back on you. The darkness from inside. I thought they had to be the dead in the land. You're going nowhere. No. You will not define. Come child, take my hand. Come. Come. Stay in the way. No. I am leaving. You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands. Blut hat sie ja an der Hände. Und Fäulen, das auch. Also sind diese Portale, Flashbacks in mein schlecht gelaufenes Leben, ja. Das ist ja super. Das ist ja auch einer, ne. Das ist nur ein sticke Boot. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Cool. Cool. Where are we? I don't like it. What is this place? What is this place? It's... It's... ... It feels wrong. It's strange. Where is it? Is that a normaler Moor? There he is. There he is. The light. Go towards it. He is in the house. He is in the house. He is disappearing. Follow him. The air is gone. Keep going. How do you find it? It's just a trial. It's just another test. You just... It's a test. Like the your warrior trials. I don't know if the leaf will help me. Dead rot. It's the much. She has tasted it. Do you smell it? No. No more. Not everyone can. It was a warm spring day when she went to the river. Warum müssen immer überall Tote rumliegen? Das ist doch nicht normal, ey. Das ist doch nicht so. Wenn sie nicht wiedersehen, Sie müssen herkommen. Das ist noch mal so ein komisches Ding. Ach, das ist wieder so ein Erzähl-Dingens. Da muss ich dann nachher nochmal hin. Das schöpfe von einem Hirn-Dingenschen schubst, die sich in eineали sergeante Haltци gechiedelt. Die Löwen finden sich in den Wald, und dann nach der Kampfer. Das erstes an der Chefentscheid ist. Der Kampfer gehört. Die Nachbar ist eine Schöpfung. Der Kampfer, der sich in den Tito-Dingenschen. Aber das ist nicht die Ende. Denn die Todes sind in dem Haaren gewünschteren. Wenn Sie dieDefend sind, dann befürcht, Denn es wird Tod in diesem Haus sein. So durchlaufen? Auch nicht. Dann geht die Tür hier zu. Wenn ich jetzt hier wieder durchlaufe, ist das Ding wieder da, ne? Ja. Ah, I understand. Great one. I am. Hui. So. So. Jetzt? Lass mich raten, ich muss sie fokussieren, damit sie repariert wird. Wenn das so einfach wäre, Dinge zu reparieren, dann... Grüß dich, Christian. Ja, ja, die Pest. Ich spiel grad die Pest. Wahrscheinlich riecht sie auch grade dementsprechend. Leo ist grade... Player Anon Battlegrounds laden mit Manu zusammen. Hat den Stream aber noch offen. Übrigens werde ich morgen meinen Vertrag für die Wohnung unterschreiben für die neue. Und da gehen nur 16 Mbit. Heute nochmal beim... Ding jetzt nachgefragt. Beim Support. Aber angeblich kann man da 100 Mbit LTE schalten bei mir. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Komm raus, wenn Sie wollen. Wo ist er? Find ihn. Du musst ihn finden. Du musst ihn finden. Fokus! Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Okay. Ich weiß nicht. Sehr nice. So kann man natürlich sein Kill Count auch voll... oder sein Death Count auch vollkriegen. Aber wer soll man denn das wissen? Geh nicht auf das Feuer zu. Okay. Also gehen wir nicht auf das Feuer zu. Vielen Dank.